Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben. Von Onuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut. Keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Sei gegrüßt. Hallo. Bitte sehr. Komm bald wieder.